Hat ihr eigentlich schon mal so richtig unglücklich verliebt? Klar, aber andauernd. Ja, und was habt ihr dann so gemacht? Also ich meine, zur Ablenkung. Naja, ich hab immer ziemliche Scheiße gemacht. Und zwar? Ich hab zwei Päckchen Kippen am Tag geraucht. Du rauchst doch gar nicht. Ja, das war ja die Scheiße. Und nun, was hast du gemacht? Och, nix. Ich hab einfach gewartet, auf dass ich nicht mehr unglücklich bin. Und? Ich warte noch. Ich warte noch.